wird das ding schon repariert und packt hier auch jemand fest nice one da hat sich das jetzt erstmal erledigt man 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 sieben elite agenten sind vor ort ja woher wohl aller wenn ihr plötzlich 40 aufständische sind surprise surprise wie viele rohre muss ich nach platzieren zählen wir geht schon los jetzt zehn stück befinden sie das 40 diese don du sie es na gut weiß wie lassen sie erstmal platzieren ich sehe am ende wo was fehlt ich verstehe natürlich dass die arbeiter dann nicht weiter da weiter aufbauen solange da richtig hart stress ist aber man kann ja wenn er wieder ruhig ist weiter bauen muss man sich ja nicht so anstellen oben ist gleich zu sehr gut dann können wir oben schon mal wieder vollständigkeits halber das haben schon die tür reinsetzen beziehungsweise auch hier sehr sehr nice die straßenlater ging aber auch relativ fix nicht lange gedauert das gebäude ist immer noch nicht ganz fertig ne was fehlt da ein einziges ding auch leute ich wollte jetzt auch immer noch nicht was hier jetzt rein sollen oder gerade eben abgelenkt also wir können da wieder lagerungsraum rein machen ich glaube das ist nicht generell nicht verkehrt genau ich glaube das machen wir gute alte lagerraum kann man nichts falsch machen das können wir dann aber auch für jeden fall auch schon mal dazu addieren zu dem gebäude zack mal so wenn es nicht anders geht gar kein problem mal oben auch noch mal eine tür rein hier können meinetwegen eine ganz normale doppelt türen ehrlich gesagt oder wir machen hier für servo rein genau hier machen wir tür servo rein warum nicht warum nicht ja oder da oder da oder da oder da jetzt noch mal eine tür rein kommen mit ohne türen er doch auch mit türen servo da haben wir hier für meinen inneren morgen abstecken müsste hier hin ja das ist dann immer so mit meinem inneren morgen manchmal ein bisschen schwierig weil damit man müssen bei mir manchmal die abstände wahnsinnig genau sein damit ich da nicht absolut unzufrieden bin genau das muss halt dann einfach so der raum ist fertig sehr gut und das alles einmal zu parkett machen wollte ich auch meine tür einsetzen können wir jetzt auch schon mal schnell machen große gefängnis wird sack hier kann man den doppelte besucher tür rein auch mal zu und dann ist das ja wieder mit tür servo gemacht und da kommen auch nur die wachen rein so hier können wir auf jeden fall schon mal lichter befeuchtet verjässe hier so man mit diesem abstand vielleicht und dann hier noch in der her so soweit man halt mitte sagen kann mit eins platzieren so wasserrohr muss ja auch hier verlegt sein besser ist es elektrisch würde ich dann auch noch mal hier lang gehen sehr schön da haben sie wieder neuen auftrag was machen wir jetzt hier rein habe ich gesagt keine ahnung es gibt ja keinen brunnen es gibt ja hier diese direktor statu die ja es wieder nichts alles schon wenig sie meserisch schwierig die krise hier aber ein tisch für außenbereich was könnte man da reintun oder inbauen generell wasser kann ich nicht platzieren oder jetzt war ganz dumm gefragt ich glaube nicht dass das geht ich glaube nicht mehr ob so ein see oder sowas musste von vorne an haben aber nie lol der war meint hier er hat mich aber auch gewundert fast sehr schön seichtes wasser so vielleicht sonst mal gucken wie das aussieht drumherum dann meinetwegen ein bisschen glas und dann gibt mir mal hier noch mal so eine bank oder so ja wasser wird auch so ich weiß ja nicht oder dazu wasser sein ein wasser bett ja macht das mal fertig ich möchte mal gerne sehen wie das aussieht ja da muss ich gestehen habe ich noch mit gar nicht so richtig gearbeitet können sie wasser ist entstanden dann perfekt cool i like i like zack da kommt man wird jetzt aber wahnsinnig schnell gearbeitet i like dankeschön für ihre hilfe dann einmal bei der besucher tisch das ist absolut richtig geschrieben da wollen wir den mal ein bisschen wenigstens was können das können wir übrigens auch schon mal fertig machen in den gemeinschaftsraum dann machen wir eine ganz normale doppeltür rein why the fuck not was war nochmal der käfig nochmal schauen hier die häftlinge sitzen da in einzelhaft dieser außenbereich dient dem training wobei der häftlinge von den anderen insassen getrennt wird kann man das hier reinmachen und dann automatisch so weil damit wir diese lücke noch füllen können ich probiere das mal mit dem käfig hinter mindestens einer tür so richtig eingeschlossen you know bin ich glaube ich nicht verkehrt dann würde ich das vielleicht auch dann so machen dass wir das hier dann perfekt abschließen sag mal oder einfach vergrößern wir einfach dann machen wir hier meinetwegen eine tür rein für sicher 3 3 4 1 2 3 4 alles klar gucken wir mal vom gemeinschaftsraum vielleicht kann man das auch machen kommt man dann auf den Hof und vom Hof kommt man dann in den Besucherraum so zack zack sehr schön ja jetzt haben die gerade sehr sehr viel zu tun 35 Todesfälle ja Mensch wenn es denn sonst nichts ist aber das habe ich halt schon gesagt ne wie gesagt wir haben zwar jetzt unser Cashflow ist nicht mehr so geil aber wir verlieren so viele Wachen die ganze Zeit dann das regelt sich von selbst ich bin mir ganz ehrlich und zur Not entlassen wir wieder ein paar Arbeiter oder vielleicht auch sogar ein paar Köcher wieder weil davon haben wir eigentlich genug so mit einer Gabel bewaffnet auch beruhigend ich möchte dich da jetzt eigentlich nicht alleine entschicken hier ist auch wieder jemand tot ja Mensch braucht es zu lange dann kommt man da hin der muss da jetzt nicht unnötig irgendwie Stress machen sehr schön wie lange dauert das eigentlich bis hier die Blumen gewachsen sind ja auch ein bisschen ne wohl wer das während der Blumentherapie gemacht hat kann auch sein so Rollrasen ah guck mal die Leute ist auch voll cool ich glaube ich habe die Dinger vorher noch nie gesehen ehrlich gesagt ah sehr schön jetzt können wir da auch nochmal niederdeckchen nochmal so ein Strauch setzen ist auch nicht verkehrt weißt du wir haben hier so einen netten Innenhof oder also generell so einen kleinen netten Hof hier noch bei dem Höchstsicherheitstrakt einfach mal warum auch nicht mehr günstig ja sonst nichts so sehr schön ja speicher mal wunderbar dann können wir das jetzt schon mal machen hier aber ist ja nicht ganz richtig das hier unten soll ja auch Häftlinge hinkommen können komm der Vollständigkeit halber machen wir auch hier nochmal eine große Gefängnistür rein komm was soll es wird ein Chef gerade bestraft nee sehr gut wir müssen das jetzt auch schon mal machen und hier machen wir dann gleich so einen großen Schlafsaal hin dann machen wir da auch öffentliche Duschen rein so ein Bereich einfach dafür aber weißt du diese Wände gerade draußen so die da draußen sind gefällt mir nicht so lass mal sonst Beton draus machen die die da draußen sind die Wände die überlappen sage ich mal wie sieht das besser aus heißt natürlich die müssen uns wieder abreißen I'm sorry ich hatte glaube ich was hatte ich Mauer aus Altholz genau jetzt keine Abgrenzung immer wobei wir auch so machen können tatsächlich ein bisschen mehr Abgrenzung sage ich mal würde mir ein bisschen mehr Privatsphäre suggerieren genau äh äh da ich nochmal ein bisschen zu Sitzbänke technisch was ja komm wir sind ja nicht nur Monster ne keine Ahnung irgendwie so damit können wir das dann gleich zum Besucherraum erklären naja wenn es fertig ist dann ist das umschlossen auf jeden Fall wir müssen uns das auch gleich mal anschauen wie das aussieht Lagerraum auch incoming sehr schön gefällt mir können wir auch ehrlich gesagt jetzt schon mal weiter planen ähm okay hier ist dann der Hof und hier hier geht die Wand weil ich wahrscheinlich schon gerne es haben wollen würde die eine Wand außen rum geht und darüber dann die Umfassungsmauer und hier drin ist der Schlafsaal so genau so vielleicht ja wo ja doch warum warum nicht dann machen wir keine Verbindung rein oder wir machen so dann können wir den Weg auch hier fortführen lassen ja wobei hier sollen sie ja nicht mehr hin ja wobei sie können ja wobei sollen sie da rumlaufen ne weil hier sowieso da kommen sie nicht durch hier dürfen sie nicht hin you know wisst ihr bescheid so dann lass mal schauen sagen wir mal wir gehen hier auf so 13 das ziehen wir auch dann bis hier unten durch das heißt wir können dann hier das so machen und da kriegen wir ja wo irgendwie ordentlich einen ganz großen Schlafsaal unter und wenn nicht dann können wir das noch hinten noch ein bisschen erweitern aber ich mal kurz gucke so äh Etagenbett ist ja so einmal zwei nur wie ein ganz normales Bett genau wenn ich dann sage erst mal machen wir hier oben eine Dusche und Toiletten Area das ist nicht das Richtige da wenn er sich da auch bekabbeln ist mir alles Lattenhagen so vielleicht weil wir auch so Duschstangen da rein die gibt es ja auch jetzt ist er vielleicht nicht so symmetrisch wie ich es gerne hätte das ist der Klassiker nee weil sonst machen wir das anders und weg hier jetzt auch eine wunderbare Mitte drin hier sind die Duschen auch wieder mal endpausieren damit wir da weiter bauen können meinetwegen dann hier so eine Duschstange hin oder so das können wir erstmal auch als Wand machen damit ich das so sehe auch und hier machen wir dann einfach Toiletten hier Toiletten dann meinetwegen hier so ein, zwei Waschbecken oder so hier so eine kleine Waschbecken Seite wenn ihr wisst wie ich meine und dann kommt man hier rein na guck mal die haben dann auch nicht mehr wirklich nur Hof, Gemeinschaftsraum, Kantine mehr gibt es da nicht äh kommen dann hier rein hier können wir das meinetwegen nochmal ein bisschen unterteilen so ich weiß nicht in Schlafsaal A Schlafsaal B wenn ihr wisst wie ich meine ne warte mal hier aha sonst mal so wobei Schlafsaal B dann da oben hin muss zum der ging jetzt aber auch doof ne hm ja wobei ganz ehrlich die können ja wohl kurz da oben hochlaufen ist ja alles ein Ding ein Wisch machen wir dann lassen wir das hier offen machen wir vielleicht ein paar kleine Türen nur rein und das war's schon hier kommt dann nochmal eine große Gefängnistür hin mit Türservo versteht sich die ersten Türservos können wir meinetwegen auch schon mal setzen hier kommt ein Servo rein hier 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 oder nicht mehr und hier natürlich auch 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 nochmal eine Tür rein ne wir wollen da ja auch nur mal sicher gehen so das hier fehlt auch noch Kollegen ein Ding fehlt da noch guck mal da kommt das auch schon so war das so oder ja sehr schön so dann haben wir das nächste Stück fertig mal mit der Lampe wieder mal mit der Lampe hier so reinsetzen und weil wir nicht so sind kommen geben wir denen auch hier nochmal eine Sprinkelanlage wir sind mal nicht so ich nehme an die Sprinkelanlage ja sehr nice und hier hier können wir dann vielleicht noch machen noch den Durchgang weitermachen bis zu dem Schlafsaal damit wir dann hier so einen Zugang haben für die Wachen Richtung Schlafsaal dann machen wir das hier noch alles relativ sicher weil hier natürlich dann die Häftlinge hausen auch besser ist es so der Lagerraum ist fertig können wir einrichten da ist ein Frachtboden draus äh zack keine Ahnung aber so vielleicht für nur für Personal damit wir das haben und das Ding auch immer noch unsicher ist keine äh überlappt das jetzt hier oder spackt das dann ich weiß das nicht und das machen wir mal lieber so lassen wir erst mal so na der ist auch mit Besucherraum ne alles gut äh dann machen wir erst mal so kein Zutritt ne das ist auch richtig das ist ja alles äh alles sein Sinn und Zweck und hier kommt da immer so guter Lagerraum rein kann man immer gebrauchen oder kleine See oder Teich oder Tümpel der gesagt ist dann auch fertig doch einfach damit wir das symmetrisch haben und dann mal hier meinetwegen so ein zwei Türmchen nochmal hin weil wir da wahrscheinlich auch gleich wieder ein paar neue Scharfschützen gebrauchen könnten ich muss auch direkt sagen mit Betonmauer sieht das finde ich besser aus im Außenbereich sehr schön und da sind die ersten Türservos wir warten mal erstmal bis alle Platz ja wobei wir können die auch jetzt schon ransetzen ne Kontrollsystem jetzt geht los äh oh Gott die fehlen noch ja ist vielleicht ein bisschen viel jetzt für den einen Kollegen hier kommen dann auf jeden Fall die anderen hin ja guck mal die haben ja alle einen theoretischen Schlüssel ne da muss er ja nicht aufschließen dann muss er ja nicht sehr gut wenn das dann fertig ist bauen wir dann das große Ding wobei eigentlich können wir das jetzt schon mal in Auftrag geben warum ist ja alles letztendlich ein Gebäude wenn du so willst ja speicher mal nein so geht ab so das ist nicht gut äh äh weißt wir mal die beiden vielleicht finden wir da ja schon den Verdächtigen meinetwegen auch die beiden äh die beiden noch generell ist gerade frisch ja ne ist eine Stunde Schlaf wollen wir nochmal eine Razzia machen ne noch nicht vielleicht nächste Nacht wenn ich wieder dran wenn ich es mal wieder nicht vergesse so ihr mal bitte rein hier scheint es gerade Ärger zu geben ja da unten zwei Stück auch tausend Briefe mittlerweile ne sehr schön hier bugt wieder jemand ach ihr bugt wieder rum ja ihr könnt es abhauen ja ja wir sind bei jetzt bei uns hat nichts gebuddelt guck mal das ist alles auf einmal gemacht dankeschön und jetzt wo du das gemacht hast kannst du auch wieder alle dran machen weil das waren sie anscheinend nicht das ist schon sehr nah wo ist denn das vielleicht wird es echt mal wieder Zeit für eine Razzia drauf geschissen wir machen sie wobei der wird ja wohl nicht jetzt buddeln ne wir machen das nächste Nacht auf jeden Fall wir machen sie dann wir machen sie Vielen Dank.